Haa sie sehen mich nicht Geht raus Hallo Oh warte fuck Ok gehen wir unten oder gehen wir oben Oder gehen wir Garage Ich weiß nicht Warte Dings hat irgendwas gesagt ne Ja gut Aber ich weiß nicht was ich hab's nicht gehört Oh ich bin so halb der White Noise ne Ja also nächste Folge Gibts dann die neue Ja also nächste Woche Ja Und wenn ihr das dann gesehen habt Wenn ihr das gesehen habt bei uns beiden Ein Like da gelassen habt Ein Abo da gelassen habt Dann kommt es tatsächlich Als dritte Folge Äh Das ist jetzt die erste Ranked Folge hier Ey ich hab Play Nein wir haben doch Wir haben doch schon einmal aufgenommen Ja dazu war doch Das hast du doch mit Mario und so Ah ja stimmt Stimmt Guck mal kurz hin Ob da jemand kommt Ich hab auch gemacht Ja Warte ich schieß nochmal Oh nice Mach mal da Ja ich hab schon da jetzt Da kann man schon durchgucken Oh nice Das sollst du vielleicht nochmal eins ein bisschen tiefer machen Ja wäre vielleicht ganz Was 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 Das ist Was 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 Fahrstuhl clear. Also, der Raum ist clear, ne? Da ist Puls, ja, das Puls. Hier. Hier. Ja, der ist hier hinten, der ist hier hinten. Nein, 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 der ist hier hinten. Als Obhalter, ich hab das auch schon gefunden. Aber hey. Hey, sonst ist gar keiner, ne? Okay, okay, warte. Komm, rein, rein, rein. Rein, ist clear. Fuck. Nein, 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 nein. Nein, was? Sie hat den bitte geschluckt. Ha, sie sehen mich nicht. Geht raus. Hä, der hat geschluckt. Sie sehen mich nicht. Wenn er rausgeht, haben wir gewonnen. Ah, okay, jetzt muss ich jetzt reden. Lol, sind die dumm? Hä, sind die behindert? Was? Ja. Ja. Ja, what the fuck, sind die gar... What the fuck? What the fuck? Okay, Leute, Alter, das verdient ein Like. Alter, das war krass. Ach, du scheiße, ich kann nur so dumm sein. Oh, nein. Alter, what the fuck, Alter. Warum? Was sind die denn für ein Level? Ich gucke jetzt auch nicht, weil... Zwei... 52, 91, 93, 78 und 31. Ja, das ist also unsere erste Runde tatsächlich von heute her. Das ist schon nice. Warte, lass mich raus. Boah, dann halt nicht. Ähm... Ist eins Drohne. Ich hab sie. Ah! So. Hier, einer braucht noch die Schuschplatte. Die Schuschmatte. Achtung. Ja, Alter, das war so krass. Das war Zucker. Warte, fuck, da hinten ist schon einer gestorben. Wo denn? Wo war denn das? Äh, ja, das war da. Nur halt oben. Oh, n' toll. Also, aufpassen. Ich hasse das, ne? Diese scheiß Klingel, ne? Die nervt. Ich weiß, dass man die nicht wie bei der... wie die Disco bei dem Clubhouse nicht einfach wegschießen kann. Tja. Irgendwo machen die auf, wo? Hier oben. Dropper, dropper, dropper. Ah, ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt, ja. Ah, 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 ah. Deswegen kann ich jetzt da schnell hinrennen können. War einer bei ihrer Fenster, Sau. Ah, fuck. Habt ihr aber die Twitch-Trope. Ah, nice, nice, nice. Warum hat keiner das Dings zugemacht, Mann? Halt jetzt den Engel. Ich bleib im Raum, ne? Ja. Versuch einfach hier in der Filzung mal. Ja, die sind hier. Wo? Merk hier mal, merk hier mal. Ja, warte schnell da. Aber push die nicht, push die nicht. Okay, ja, ja. Ich pass auf, ich pass auf. Ich bin ja im Raum. Ja, die sind hier im Nebenraum. Das ist quasi. Zur Not gehen sie dann wieder raus. Das war aber auch ultra, Alter. Kamera, hier! Ja, ja, hier. Das Glass, das Glass, das Glass, das Glass. Da, da ist Glass. Da ist. Glass läuft rein. Was, hä? Von wo? Oh, nein, von oben, Sledge. Sledge, von oben. Er geht rein durchs Fenster. Hab einen. Ja, wir müssen rein. Ja, ja. Geh rein, geh rein, geh rein. Da ist. Junge! Hä? Bist du behindert? Warum? Oh, Junge! Was hast du denn gemacht, Alter? Ja, ich hab mich doch so in die Fresse geschossen. Junge, jetzt müssen wir wieder, ja, okay, komm, das müssen wir aber gewinnen, die sind so schlecht, die Gegner. Ja, sie können das eigentlich nicht holen, das... Ja. Warum, was, 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 die Weltkrieg, die läuft hinten im Tresorraum hin und her. Ja, versteh nicht, was, das sollte das, aber... Hä, die hätte die Camps abchecken müssen im Raum, oder nicht? Ja, keine Ahnung, warum... Legion ist ja eigentlich auch Roma. Roma, halt. Ja, Terran hab ich gefühlt. Ey, das war so ein schöner Kill wieder. Aber die Dings... Ja, don't worry, be happy, ne? Ja, kann man, kann man mal machen, ne, würde ich sagen. Wir schaffen das. Weißt du, wer das auch sagt? Bob, der Baumeister. Ja, okay. Wenn jetzt, ich guck mal kurz, wie die Aufnahme ist. Wenn die jetzt verkackt hat, dann schreie ich so laut, Alter, das kannst du mir nicht glauben. Da kommt deine Mutter und sagt so, komm runter. Meine Eltern sind noch nicht weg jetzt. Okay, ich schreie dann doch nicht. Du willst dann doch die Runde zu Ende machen, ja? Zum Glück, es läuft. Ey, wetten, sie sind wieder unten? Also, gleiche Taktik dann wie eben, ne? Wir sind doch wieder unten. Ja, machen wir das gleich kurz, wenn der Droh hat, damit ich nicht geholt werden kann. Ne, ne, einer lässt sich Injured shotten, Alter, und dann, ähm... Ne, ich lass mich Injured shotten, und dann lieg ich da wieder und gewinne, okay? Müssen diesmal schneller On-Spot kommen, also in den Raum rein. Müssen viel schneller kommen. Ja, ja. Was Drohnen abschießen und aimen und so? Ja, ja, das ist scheiße, ne? Das schiebe ich gar nicht hin. Auf Drohnen, äh, also auf Drohnen, ne, geht's halt schon besser mit Lesion, tatsächlich. Es kommt nachher schon auf die Weapon an, tatsächlich. Also, das ist wirklich krass. Ich hatte so, du weißt ja früher meinen aim auf Drohnen, ne? Okay, ja, äh... Ich gucke, wo ist in der Drohne? Da, Ella. Ja, Echo-Drohne ist in der Garage, aber Garage ist keiner. Fuck. Du wirst nur die Echo-Drohne kaputt bekommen. Okay, wo ist die? Auf Garage kommt, glaube ich, einer. Habt die. Nice, nice, nice. Nice, 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 dann... Sie haben Echo, aber der Echo hat immer noch einen ACOG, also chillt. Ja, ja, ja. Wo bist du eigentlich? Du bist doch ein bisschen wie der Sledge, oder? Ja, ja. Ich wollte wieder eigentlich da aufschießen. Aber? Ja, das war ich jetzt auch. Was macht der Glass denn? Ey, du weißt, wie geht das denn? Da hat schon einer kaputt gemacht. Okay, ich wollte nur noch so ein kleines Loch. Boah, Junge. Er ist so behindert, ne? Ah, fuck. Die Echo ist on, das ist schon mal fest. Er will zu drone, oder soll ich? Drone du, drone du. Okay, okay, okay. Ich geh hier eben hinterm Wagen und dann drone ich mal eben. Pass auf, ne? Safe, safe, safe. Das sind fünf. Fuck, ja, der ist direkt da. Wow. Ich versuch, ich rotate jetzt. Ich geh jetzt über die Treppe. Ja, okay, ich komm mit. Ich muss mich so beeilen. Oh, fuck. Ja, ja, ja. Last, last drop, last drop her. Oder? Ich geh jetzt Team-Ateam zu dir. Also, ich mein jetzt Fahrstuhl, ne? Gut, du warst das, Alter. Ja, ich schieße auf. Ja, warte, sehe ich? Okay, dann mach du. Warte, du kannst immer drone. Ich kann nicht. Ich hab keine mehr. Ja, dann drone ich. Ich geh über Stairs, ne? Mit R6. Ah, fuck. Er hat da, er, die haben Smoke, die haben Smoke. Das siehst du ja. Du kannst droppen. Ja. Und? Echo down, in der Raum ist free. Nein, ey, ey, das kann doch nicht sein. Fuck, was, ey? Oh, Junge. Hey, warum haben, warum haben die jetzt gewonnen? Da war doch gar keiner drin, hast du gesagt. Ja, ich hab den Echo drin geholt, aber der war im Gang, guck. Leider, da hat der mich auch geholt. Ich war ganz... Ja, aber er... Ich dachte, R6 hat noch gelebt. Ich hab keine Ahnung, was mit dem war. Warte, ich noch mal Schließfächer? Das haben wir eben verkackt, ne? Ich mal, wir können ja gerne auch zweimal das gleiche und dann, ne? Ja, dann haben wir zwar verloren, aber... Ja, ja, also ganz normal, ne? Ja. Ich versuch jetzt einfach über die Spots mit den Camps irgendwie Kills zu holen, wenn man sich einen durch die Wand holen kann, weil das wäre so wichtig. Ich hab in den Raum geaimt, dann war da keiner. Hä? Okay. Dann verstehe ich nicht, warum die halt gewonnen haben, ne? In den Gang, was ist das? Da war dann keiner. Dann hab ich... Dann bin ich reingegangen und auf einmal war ich tot. Okay. Hier, hol auf jeden Fall deine Schuschmatten, ja? Ja, der. Gut. Och, Junge. Okay, da kann man jetzt gut ist, aber dann muss ich auf jeden Fall noch schnell... So, hab. Fuck, 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 fuck. Okay, ich mach mal... Ich hau die jetzt hier in den Raum da, sondern ich hau die jetzt hier in, damit ich vielleicht, ähm, einen Hut holen kann. Ich muss jetzt noch mal sagen, warum ist hier nicht zu? Ich bin tot, ich bin tot. Nein, 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 nicht. Okay, ich hab da vorne nochmal eine Falle getan. Okay, ich geh jetzt rein. Ah, wem bräuchte ein Kessel? Tatsächlich. Mit Kessel, wer das übelst. Ich gucke jetzt erstmal nach den Camps. Okay, ich mach hier mal eben zu, ja? Ah, nee. Guck dir mal bitte meine Camp in der Garage an. Wenn die nicht geil ist, Garage kommt aber keiner. Ich mach mal hier zu, ne? Dann können die nicht einfach so reinkommen. Ja. Hier kommt jemand. Warte, markier, markier, markier. Hier kommt jemand, auf jeden Fall. Wo? Markier. Kann ich nicht. Mit Y. Ich hab kein... Die Drohne kommt von diesem... Ja, hier kommt ein... Ja, wo ist das für das Wachraum? Ja, ja, ich seh's doch. Ich seh's ja. Ja, Alter, äh, bei Garage kommt eine Drohne. Ja, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer, äh, Twitch. Da, wo du, da, wo aufgegangen ist, ja, da. Hab einen, hab jetzt, hab ich hier angehittet. Ja, was hab ich gehört? Warte, ich mag hier, wenn er kommt, ja? Ja, das wird zum Loch, das ist belastend. Da, da ist Jackal, Jackal, Jackal. Er ist hinterm Dings, er ist hinterm Dings. Ja, er ist wieder raus, er ist wieder raus. Guck, wenn sie reinkommt, dann prüfe ich. Naja, ich markiere die jetzt mal kurz gar nicht, und dann rennen sie vielleicht weiter rein, weißt du? Achtung, Achtung, er ist drin, er ist, er ist drin, er ist... Sag dann, wenn sie weiter in die Mitte vom Raum kommen, dann... Ja, ja. Nein, fuck, er hat, er hat, er hat, ähm, die sind, die sind hinter dem, hinter dem Dings, ne? Schreibtisch, hinter dem Schreibtisch. Ich weiß, ich weiß, was du jetzt, ich bin kein... Oh, wer hat das denn aufgemacht, Mann? Mario Moms möchte mich einladen. Ja, ich will aber grad nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier schottet einer, Alter. Ja, aber pass auf, ne? Pass auf, Klass. In dem Raum. Von welchem Raum... Ach so, okay. Ja, warte, warte, warte. Jetzt müssen wir sowas von safe spielen. Ja. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Es kommt einer, es kommt einer. Nein, 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 der ist nur in der Gui-Falle. Nice. Ich setz noch eine Falle. Es ist wieder einer drin, er ist wieder einer drin, da. Nice, ich hab, ich hab, ich hab. Nice! Oh, gewonnen, Alter. Das haben wir Zucker gespielt. Das haben wir geil gespielt, Alter. Oh, Alter, das, ey, zum Sch... Oh, Alter, das war schön. Zucker. Deine Gui-Falle war so stark, das hast du so stark gemacht. Das, ja, da waren drei Fallen oder so, ne? Also eigentlich gar keine Chance. Und dann rennt er nochmal rein, ne? Jekyll rennt rein, guckt erstmal, wo, wo er hingehen soll. Und geht dann, er guckt erst so raus, ne? Ob da irgendwer, ob da einer ist, ne? Was? Ist er dann wieder rausgegangen? Kommst du mit, Juwelier? Ja, ja, mach... Achso, ja. Juwelier, Juwelier, ja. Ähm... Nein, ich geh, ähm, Parking, geh an, der Sche... Ja, ja, können wir doch gleich, können wir gleich. Die können nicht mehr unten sein. Ja, ich weiß. So. Ähm... Die Fotos sind auf jeden Fall jetzt schon so spannend. Ja, Alter, können wir uns immer mal ein Like da lassen. Aber, das Ding ist ja, Jekyll wollte wieder rausgehen, ne? Also er hat geguckt, ob von draußen einer kommt, ne? War nicht, und dann hab ich ihn abgeschoscht. Und ja, das war... Krass, Alter, die Bess-Runde von R6, die ich jemals in Ranked hatte. Ey, du bist schon wieder Erster, Habsley. Nein, hä, du bist Erster. Ja, ich bin nicht Erster. Ja. Jetzt sag ich auch mal, jetzt sag ich auch mal. Ich hab 580 Minuten zurückgekommen. Hä? Oh, Alter, er hangt einfach vor einem Drohnenloch. Er ist das in Blackbit-mäßig, ne? Ja, wir haben aber alle markiert. Also, wir müssen auf Capcarn-Traps aufpassen, ne? Ja. I really take care for Capcarn-Traps. Das da ist Bandit auf jeden Fall. So weit scheint keiner hier zu sein, so wie R6 reinläuft. Das ist eine Capcarn. Hä? Ist da nicht eine Capcarn? Oh, ne, doch nicht. Okay. Ich brauche mal kurz, ich hab richtig Schiss vor dem Gang hier. Ah, das war so ein Regal, Alter. Und ich denke, das ist eine Capcarn-Trap, weil es schwarz ist. Lol. Okay, ich geh einfach mal mit Jacky und Dings mit. Wow. Was war das? Wenn ich nicht, wenn einer noch zu mir kommen will. Ganz ehrlich, das ist ja... Ey, Alter, was? Allein hier zu chillen, zu chillen, kannst du bitte noch zu mir kommen, weil... Ah, ich kann nicht. Ich bin an ganz anderem Ende vom Raum, ne? Schon im Haus? Ja. Okay, ja, dann. Also, ich würde dir gerne helfen. Nur, es wird ein bisschen schlecht. Scheiß drauf. Okay, ich geh mal mit Jacky mit. Du musst, als kannst du bitte leise sein, weil ich muss jetzt so einhören, falls das von rechts kommt. Ja, 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 ja. Ich tschuld. Da ist einer. Ich will nicht auch schreien, die aber ich weiß nicht, ob der Capcarn Fallen sind. Ich schaue jetzt. Da ist immer noch kein... Das ist gut. Okay, 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 ich habe einen gesehen, ich habe einen gesehen, alter. Das ist die Grund, ne? Nein, 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 nein. Lass mich safe, bitte. Oh, man. Ah. Das ist so... Fuck, 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 wir müssen rein, ne? Hallo. Ich bin unterm Dings. Ich bin unter dir. Direkt warte, bis ich gucke, warte. Ich bin unter dir. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin unter dir. Ich bin unter dir. Oh mein Gott. Jetzt einfach bleib so, bleib so, ich schieße mich super schnell. Warte einfach. Ja. Sind wir hier? Ja, ich bin gerade nachgeladen. Nein, ich bin da weiterhin. Sag dir, wenn er kommt. Ja, ja. Erst mal eine Mail. Nein, nein. Er kommt. Soll ich weggehen? Wo, wo, wo? Hä, wo? Da. Woo! Woo! Yes! Oh mein Gott, Alter! Oh, fuck, fuck, fuck! Woo! Scheiße, war das spannend! Oh mein Gott, Alter! Ich kann dir so gute Calls geben und du kannst... Oh! Zooker! Zooker, Alter! Das läuft, ey! Woo! Alter, krass, krass! Wie viel habe ich jetzt geholt? Fünf, nice! Ich habe gerade einen einzigen drei geklatscht. Alter, krass! What the fuck! Oh mein Gott, Alter! Ja, komm! Das... Nein, das... Das weißen wir dir. Ah, gehen wir auch in ein Großraumbüro? Ja, 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 la... C, oh, scheiße! Ja, okay, dann nicht. Lass mal C, oh, gehen. Okay, okay. Alter, Leute, dafür können die definitiv man like, da lass noch, du scheiße! Ja, auf dem Glück, wenn du noch auf dem Klackwechsel wechseln. Was ist ein Glück? Ella, Ella, eh, 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 okay. Ja, ja, vor allem, weil man das auch selbst singt, ne? Copyright Story, ah, fuck. Ah, Walk, ich, Walk, ich lass gleich mal das Dings offen, ne? Ja. Das Fenster, ah, nee, du bist gar nicht Fan, du bist gar nicht, ne? Du kannst dich sofort, du kannst dich so krass, komm mal bitte mit mir, ich bin Ella. Ja, ja, äh, ja, 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 mach ich, mach ich, ich hab nur noch keine, also noch nicht, ja, warte, warte, ich mach sofort, ja, sag mir gleich, sag mir gleich, ich mach hier eben noch zu. Gut, ich hab, ich hab noch eine, ich mach hier zu. Oh, Alter, Leute, längste und krasseste Folge ever, lass definitiv ein Like da, dann gewinnen wir auch jetzt auch. Ja. Ja, Meme, Alter, er will halt nicht zumachen, wa? Warum hast du eine? Ja, sofort, sofort, sofort. Okay, markier, markier. Okay, 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 ich geh da hin, ich geh da hin, ich geh da hin. Das wär ich keine Sorge. Ich renne da hin, äh, so, bitte. Und wo noch? Ähm, ich mach einfach hier. Hier vorne, vor diese Wand, vor diese Wand, davor. Äh, ja, 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 gleich, gleich, gleich. Was machst du denn jetzt? Okay. Da, da ist ein, Dings ist verletzt, Dings ist verletzt. Fuck. Ich suche mal ein Fenster, glaub ich. Ja, ja. Kann man nicht hier durch? Ne, ah, fuck. Warte, markier nochmal, wo? Da, vor dem Fenster. Ganz hinten hin. Warum das denn? Damit ich weiß, dass es da von jemandem kommt, damit ich da hin aimer. Ja, okay. Oh Gott, ne. Fuck, Alter, ich geh in den Raum, ne, ich geh in den Raum. Ich mach zu, ich mach zu. Okay, hier ist einfach. So, ich mach einfach mal zu, weil, ja, keine Ahnung. Die Strone hat mich. Echt jetzt? Aber du hast sie, ne? Also, hier, hier, hier. Ja, musst du aufmachen, ne? Okay, ja, ich hab's gehört. Und ich mach hier auf. Wow. Du machst auf und du wirst instant abgeschoscht. Lass hier reinkommen, lass hier reinkommen. Es ist keiner drinnen. Es geht gleich einer am Fenster rein. Slash geht schon beim Fenster rein. Slash drinnen. Ja, ja, ja. Gut. Fuck, fuck, fuck. Da, da, da. Ja. Da. Nice. Fuck. Warum? Ey, warum killst du so nicht? Ich hätte die eigentlich nicht so holen können. Ich seh ihn jetzt nicht mehr. Guck. Oh, fuck. Sorry. Wir müssen rein, wir müssen rein. Hä? Halt, dein Mumm. Halt, dein... Du warst einfach direkt daneben und er hat mich die ganze Zeit geschossen und hat dich nicht gesehen. Der hätte dich easy holen können. Ja, er ist behindert gewesen, glaub ich. Ah, fuck. Das hat hier am Anfang so gut. Es ist noch gut. Es ist nur einer, der scheiße ist. So, äh, Schuschmatten holen. Schuschmatten. Das ist ganz wichtig. Aber ich hab auch, weißt du, auf den Jäger hab ich total drauf geämpft und einfach nichts passiert. Aber warte, von wem ist das das Schild? Keine Ahnung. Verteilung von Lesion, Mute oder Werke wie. Ja, weil der könnte das doch so schräg hier hinstellen, oder? Dann kommt man nicht mehr rein. Oder? Oder war das nur bei Winder? Ja, aber wenn du in den Kommen ist, ist es schwerer so zu aimen. Ja, gut. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Das ist richtig. So, dann tue ich noch eine auf Stairs. Aber warum geht denn, warum geht auch dieser Luke, geht einfach an die Garage und guckt? Er wird eh verkacken. Jetzt nichts gegen ihn, aber das sind, weiß ich, weiß ich nicht. Ja, ist schon. Nein, das war ein anderer, das war ein anderer. Das war Smoke. Ja, trotzdem, das war Smoke, ne? Scheiße, warum bleibt der ersten Note? Oh, fuck. Leute, wir dürfen erst das nicht verlieren, deswegen, ne? Ash. Er kommt zurück. Kannst du mir sagen, wenn sie da vor dem Loch... Ne, ne, die kämpft sind weg. Ist das nur einer, oder ist das nur mehrere? Also, ich habe nur Ash gesehen, aber es könnten mehrere sein, also die kämpft ist weg. Du bist doch Puls. Ja, aber jetzt ist ja nur einer. Ja, nice. Ash, nice. Ja, ja. Kannst du gucken, ob du noch gehst, oder ist die Cam down? Ne, ne, die Cam ist down, wie gesagt. Achso, okay. Ich verstehe auch nicht, warum man zwei Cam's braucht beim Tresor-Lobby. Ja, hier noch einer. Okay. Hier hinten. Da war es der auf den Stairs gekommen. Schön. Schön, nice, nice. Also, es sind schon zwei Dings wieder bei... beim Eingang. Wenn du hier rein willst, dann bist du tot. Noch eine Minute, sie müssen gleich rushen. Ja, dann habe ich schon den Gang, auf jeden Fall. Warte, ich höre, warte, äh, äh, hier, 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 hier. Okay, ja, gut. Glass is down. Nice. Garage scheint clear zu sein. Ja, hier ist auf jeden Fall noch einer. Okay. Ich gucke mal. Da. Ich seh also, in der Tür ist keiner, ich seh nichts. Hier. Nein. Fuck. Da hinten, in diesem Server scheiß. Da hinten. Warte, play save. Ja, ja. Play save, please. No, 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 no. Wait. Er muss rein. Good spot, welty, good spot. Come on. Da ist drin. Nice. Yes, Alter. Geil. Geil, geil, geil. Jetzt geh, come on, Alter. Yes. Jetzt noch schön, Alter. Zack weg, zack weg. Alter, das... Ja, komm, das gewinnen wir jetzt, Alter. Das will ich jetzt nicht verkacken. Oh mein Gott, ein 4-4. Ja, das ist krass, Joa. Könnten die jetzt überall hin? Irgendeinen, womit ich nochmal einen Kill reißen kann. Here is brrrr. Nein, nein, nein. Mach mit einen, den du gut spielen kannst. Einfach, okay? Können die jetzt überall sein, weil dann sind die natürlich unten. Ich glaube, ich gebe die um die auf jeden Fall. Ich gebe wahrscheinlich ein paar Klotz. Ich muss mal gucken. Please, 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 come on. Du musst jetzt gewinnen. Ja, auch wenn wir nicht gewinnen, Alter. Es war eine schöne Runde, 6 Kills. Also, man sieht's. Ich kann spielen, ne? So ist das nicht. Es kommt halt immer auf die Mates drauf an. Tatsächlich. Auf die Mates? Mates, Mates. Sagt man Mates? Ja. Ah, fuck, nein, die sind oben, oben, oben. Ganz oben. Äh, ja, also, das siehst du ja. Nein, 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 nicht ganz oben, aber da, ja. Das sind Archives. Das müsste Archives sein. Ja, das können wir aber holen, oder? Ja. Das können wir holen. Das ist, da kann man von überall eigentlich angreifen, den Raum. Das Ding ist, man kann es. Nur ob wir es schaffen, das ist eine andere Sache. Ob wir es umsetzen können, das ist auf jeden Fall eine andere Frage. Nein. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Oh, Junge, das gibt nochmal wertvolle Punkte. Hast du das gesehen? Ja, 70 Punkte gekriegt, Alter. Danke auf jeden Fall an dich. Auch wenn wir diese Runde nicht gewinnen, es ist trotzdem Zucker. Das kannst du nicht sagen, Alter. Die Folge... Ähm, bitte. Ah, fuck, okay. Die Folge ist Zucker. Oder? Oder sagst du was anderes? Ja, ist Zucker. Hätte mir jetzt noch nicht vorstellen können, dass es Salz ist. Okay, hier ist einer. Nein, das war ich, das war ich. Aber pass auf, ne? Du schießt halt gerade auf alle zwei Türen. Ja, ich weiß. Der Blackbeard müsste einfach nur in die Fenster gucken. Ja, ich gucke, ob ich von hier irgendwie... Kein habe ich. Ich gehe mit der Drohne. Wer hat dir gerade irgendwas geworfen? Ich nicht, ich nicht. Habe ich noch eine andere Drohne? Also da ist Dings, ne? Wollte ich nochmal sagen. Dieser Playfun ist drin, ne? Also könnten wir eigentlich auch. Right side and the Elevate oder so ein Scheiß, haben die gerade gesagt. Elevator ist free. Ah, okay. Nice. Das war einer von den Gegnern, der einen von uns geholt hat. Achso. Ne, ich habe nur... Oh, dann habe ich das falsch gesehen. Oben, 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 oben. Ah, da hinten auch. Nein, 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 nicht von so weit weg. Dock overheat. Mach mal da auf. Oder geht das nicht? Ich sehe deinen Marken. Ja, da. Das ist 30 Meter von mir. Wo war das jetzt? Ich muss mich kaltmal zentrieren, geht mir. Ja, okay, da nicht. Dann Drohne ich. Einer hat Hits, ich weiß nicht, wer so war. Ja, ja, ich... Ich Drohne rein, ich Drohne rein. Da, 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 Puls. Was? Puls, Puls, Puls. Soll ich von da gehen? Dass wir den sandwichen? Okay. Dann sandwichen wir den jetzt. Hey, der Puls. Okay, komm, komm, komm. Ah, fuck, hier ist zu, ne? Gehst du rein? Rein. Von hier kommt einer. Hä? Wo war... Als ob, Alter. Nein. Nein. Oh nein. Das war eine so schöne Runde. Ich hätte mit 6 Kills tatsächlich doch MVP werden können. Leider ist es doch nicht so gekommen. Ich bin mehr oder weniger MVP. Also lasst gerne ein Like da. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Oh man, das war Zucker. Und, ähm, ja, dann würde ich leider sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschöööö. Let's dochhiss.